Ich besuche die Hackmuts Zuschlag und sie lässt mir auch noch Zeit, meinen Hobbys nachzugehen. Ich war schon immer daran interessiert, mich künstlerisch auszudrücken und habe bereits als kleines Mädchen angefangen, mich kreativ zu beschäftigen. Ich liebe es zu zeichnen und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Jede freie Minute setze ich mich an meinen Schreibtisch und male ein weiteres Bild. Mir gefällt es, den Pinsel in die Hand zu nehmen und einfach anzufangen, denn es entstehen immer einzigartige Kunstwerke, die nicht immer perfekt sein müssen.